So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Da haben Worte gefehlt. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, eine neue Max Out Monday Folge. Ich bin zurück. Wer es immer noch nicht mitgekriegt hat, guckt mal, das Video gestern, da habe ich nämlich einen Aufruf gestartet. Und so wie ich das gesehen habe, hat sich noch keiner der angesprochenen Personen gemeldet oder darauf reagiert. Oder ich habe die schon alle. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Überblick mehr. Ich habe gar nichts. Wir müssen jetzt ganz weit zurück. Vor einem Monat, also vor vier Wochen, gab es das letzte Max Out Monday Video. 100% Panda Groh, Level 50 und Zuschauerwünsche. Ihr wisst, Max Out Monday, ich versuche mir immer einen Titel-Pokémon zu suchen, was ich maxe. Passend zu einem bestehenden Event oder irgendwas Cooles, Legendäres aus den Raids, wenn ich einen Hunderter bekommen habe, versuche ich dann immer zu maxen. Und für euch, damit ich euch auch mit einbinde und wir zusammen das Spaß haben, ihr könnt immer Vorschläge unter das Video schreiben, was ich mal maxen soll. Und ich habe keine Ahnung, wieso das immer zu schwarz wird. Ich habe jetzt einen Pokémon, was zuletzt in Raids war, war zum Beispiel Dialga. Wer hier sicher weiß, Dialga war im Raid, aber Dialga brauche ich nicht machen. Dialga, die meisten haben sich auf Dialga gefreut. Ich habe 100% Dialga auf Level 50, das passt schon. Ich habe auch ein 100% Palkia auf Level 50, das passt schon. Und da habe ich jetzt gerade nichts verpasst. Was ich aber nicht habe, was meine Ziele eigentlich gewesen wären im Juli. Die drei Vögel waren da und ich wollte alle drei Vögel in 100% auf Level 50 ziehen. Was nicht ging, da ich ja dann Lavados und Zapdos komplett verpasst habe. Was jetzt aber funktioniert, wir haben hier 1743, ein Julchen und das ist ein 100%iges. Das ist bei einem Tausch einfach ein Glücks... Das war kein garantierter Glückstausch, ich glaube das ist einfach so geworden, oder? Oder war es ein Glückstausch? Ich weiß es nicht mehr. Es war wahrscheinlich ein Glückstausch. Das ist ein 100%iges geworden. Als Arctus zurückkam in der Raid Mania, habe ich eine Einladung von Webers bekommen. Da habe ich noch ein 100% bekommen. Natürlich levelt man das Glücks-Pokémon hoch. Das wollen wir hier machen und das ist jetzt mein Pokémon, mit dem ich starte. 3450 bei diesem Glücks-Arctus, Isis-Odem und Orkan. Ne, das macht man eigentlich wahrscheinlich. Ich glaube, das ist so egal bei dem. Ich glaube, mit Arctus machst du einfach sowieso nichts. Aber ich glaube, wenn, dann würde man ja wahrscheinlich trotzdem mit zwei Eis-Attacken spielen und nicht mit Orkan. Vielleicht kann man noch was anderes dazu packen. Ich kann ja mal ganz kurz bei dem, mache ich es mal schauen. Ach nee, wir lassen Orkan drauf. Das kann nämlich nicht neu gelernt werden. Das ist wichtig, diese Attacke. Lassen wir einfach so. Ihr seht, ich bin komplett durcheinander. 3450. Das ist mein Pokémon, das ich jetzt gemaxed habe. Und wir gucken jetzt mal in die Kommentare von vor einem Monat, was ihr gesagt habt, was ich maxen soll oder wechseln, äh, maxen könnte. Luca Haschler. Hi, kannst du bitte mal einen Wolli maxen? Ach, und kannst du bitte auch noch die Bewertungen von deinen Shiny, Shiny Smilzer zeigen? Wolli, 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 Wolli. Wir geben natürlich ein 4. Wir müssen ja mal gucken, ob wir einen 100er haben. 4 Sternchen und, und jetzt kommt's, Wolli. Wir maxen natürlich keine Vorstufen, wir maxen N-Stufen. Das heißt, wir müssten Zwolloc nehmen, den maxen, aber wir haben keine XL-Bombombs, um den zu maxen. Da fehlen welche, wird also noch nichts. Ich kann aber das hier jetzt mal nehmen und mir mal ausschneiden und, Milzer, Milzer, was sind meine Shiny Milzers? Das ist ein Shiny Milzer, okay. Er will Bewertungen sehen. Die sind getauscht alle. Ich habe ja beim Go-Fest selber keins bekommen. Das hat hier 7, 11, 11 oder irgendwas. Das hat, wo ist das Zweite? Hier. Das hat 12, 14, 4. Und das hat 5, 12, 15 oder so ähnlich. Ein was ist cool und zwar das, das ist ein 100%, aber das ist kein Shiny. Wie gesagt, ich hatte kein Glück beim weltweiten Go-Fest. Ich habe etliche Milzer-Rates gemacht, aber ich habe keinen 100er bekommen. Ich habe keinen Shiny bekommen, aber ich habe einen 100er noch vom Tobi gehabt. Dusselgur, sagt der Profi. Dusselgur müsste, ich muss alles auffrischen, Dusselgur müsste eigentlich... Dusselgur, 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 Navitaub, Fasernob ist. Fasernob, Fasernob ist schon auf 50. Also, passt. Kannst du bitte Fasernob maxen? Wäre sehr cool, danke. Hä? Torte? Das ist ja dasselbe. Das haben wir schon gemacht. Schenaya. Letzte Woche hat es nicht geklappt. Hier nun die Vorschläge. Kando, Wulnona, Plusle oder Minon? Ich würde erstmal bei Plusle und Minon gucken. Plusle? Hey, Plusle. Das ist das Rote. Wir nehmen das Plusle. Wir maxen das Plusle. Damit ist Schenaya fertig. Ich müsste eh die Regel einführen, dass man in einem Kommentar nur einen Vorschlag macht. Weil manche machen wirklich einen Kommentar und schreiben da 10 Dinger rein. Und eigentlich wäre es besser, wenn jeder einen Vorschlag macht in einem Kommentar. Wenn er noch was extra haben will, könnte er ja extra was machen. Sonst hat ja einer vielleicht mit einem Kommentar schon 6 Stück. Also das wäre ja irgendwie unfair. Und die anderen kommen gar nicht mehr dran. Plusle haben wir auf jeden Fall jetzt auch fertig. Kannst du gerne natürlich Minon und kann du wohl Nona wieder vorschlagen. Nairons V. Wir sind jetzt übrigens bei 2. Ja, wir haben das Arctos und wir haben das Plusle. Oder? Ja, der Rest ging ja nicht. Moin Moin. Wieder mal ein sehr gutes Video von dir. Mein Vorschlag wäre ein Panferno oder Toxikak. Panferno. 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 Panferno haben wir hier. Ist auf 50 schon. Toxikak. Haben wir hier. Ist nicht auf 50. Achso, den. Den kann man ja nicht. Das wäre es. Wenn man den entwickeln hätte können, aber den kann man nicht entwickeln. Also nehmen wir dieses Toxikak und machen das auf 50. Das kommt dann auf 2.813. Kriegt auch wieder hier seinen Tag dabei. Level 50. Das ist die 3 gewesen. 3 Stück haben wir also noch. Kai Pötzsch. Fenexis wäre cool. Ist die Entwicklung von Fynx und war Feuerstatter, der dir noch fehlt. So, Fenexis. Das Problem ist, ich habe letztens Fenexis einfach nicht gefunden, weil es jeder falsch geschrieben hat. Jetzt haben wir es aber hier. Fenexis würde gehen. Hat gefehlt. Kriegt ja eh nochmal einen C-Day. Eigentlich wäre es ja besser, bis zum C-Day zu warten. Dann ein Routena oder wie das heißt zu entwickeln. Das ist die C-Day-Attacke hat. Und dann erst hochziehen. Aber man könnte über eine Top-Lade-TM das trotzdem noch ändern. Ich glaube, die anderen habe ich trotzdem auch gezogen. Ich ziehe den jetzt auch einfach hier hoch auf 3459. Wir wissen eh nicht, wann die kommen. Wann die C-Days kommen. Wann die als Shiny kommen. Deswegen nehmen wir das jetzt hier mit rein. Tag. Machen wir noch dran. So. Bitteschön. Fenexis. Ist auch dabei. Zwei braucht man noch. Biditzer Gamer. Ramses, bitte mal ein Silvaro. Max mal bitte ein Silvaro und nenn ihn Eulenbrille. Silvaro. Habe ich letztens Silvaro. Habe ich gemaxed. Wir können ihn aber trotzdem Eulenbrille nennen. So. Eulenbrille. Ist auf jeden Fall am Start. Dann haben wir. Fenexis ist die Entwicklung von Füngs und Ruthena. Ihr seht schon, der eine schreibt so, der andere schreibt so. Und weil ich es mit zwei E gesucht habe, wie eine Fee, habe ich es nicht gefunden. Biditzer hat gepasst. Saniel Dilling. Relaxo sieht schon irgendwie wie ein Bär aus. Genau. Sandama und Smogmog sind meine Vorschläge. Sandama und Smogmog. Jetzt muss ich mal kurz. Smogmog haben wir ja, glaube ich, letztens auch erst gemaxed. Das ist auf 50. Das passt. Und Sandama. Haben wir das Kando auf 50. Und das haben wir auch auf 50. Das ist Alola. Also Saniel Dilling, kein Treffer. Cooles Format, sagt der Ristan. Baloo sagt Blue Bella. Oder Minon. Oder Schlaraffel. Komm, wir machen Minon noch zu Ende, wenn das geht. Dann haben wir nämlich Plusle und Minon in einer Folge gehabt. Das ist das Blaue hier. Das kannst du hier rüberziehen. In 1915 auf Level 50. Hat das andere nicht mehr gehabt? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir packen das hier wieder dran. Level 50. 1915. 2010. Ja, Plusle hat auf jeden Fall mehr. Das war, war das jetzt die 5? Einer, glaube ich, noch. Vielleicht bin ich auch durcheinander. Ich weiß es nicht. Hanan. Magma, Entei oder Lugia sind meine Vorschläge. Lugia. Lugia. Lugia haben wir gemaxed. Entei fehlen. XL. Der muss erst wieder zurückkommen. Ist aber als 100er da. Also haben wir Magma. Und bei Magma nimmt man ja eigentlich Mark Brand. Und Mark Brand ist auf 50. Also geht es weiter. Heute erst mal Meltan Shiny. Direkt zweimal bekommen. Jörg. Grüße gehen raus. Nick T. Sehr geiler Setra King Max. Meine Vorschläge heute. Echna toll. Tengulist. Parfinesse. Drift Zepplis. Gungtang. Puh. Echna toll und Tengulist. Fangen wir mal mit den beiden an und gucken. Ech. Ech. Ich kann nicht schreiben mit dem iPhone. Ech. Echna toll. Phoenix L. Äh. Was war das zweite? Echna Tengulist. Genau. Echna toll Tengulist. Was ich aber gut finde. Bei Android wäre schon längst die App neu gestartet. Und nicht mehr auf. Hier funktioniert es aber. Der ist nicht auf 50. Tengulist. Auf 50. Boing. 2637. Und damit haben wir das letzte gefunden. So. Packen wir die 50 dran. Trotzdem Grüße gehen raus an. Ich gucke gar nicht was da steht. Ich lese nur kurz vor. Grüße an Laurin Zobler. Grüße an Tim Schaaf. An Jay Butter. Henry Gonle. Nono. Janis Schäfer. Benjamin Engel. Peak of Gaming. Bisa Fan Enzo. Marcel Fernow. Fernow. Dom, dom, dom. So. Das sind alle. Und ihr könnt natürlich unter dieses Video jetzt wieder eure Vorschläge schreiben. Was ihr sagt. Welche. Wenn euer Vorschlag nicht dran war. Weil ihr nicht unter den ersten 5 wart. Dann schreibt einfach euren Vorschlag nochmal hier runter. Wenn ihr mehrere hattet. Und ich habe den ersten von euch genommen. Und ihr habt noch welche übrig. Dann schreibt auch nochmal eure Vorschläge hier runter. Wenn euch was ganz Neues eingefallen ist. Schreibt mal was ganz Neues darunter. Schreibt was Aktuelles runter. Guckt und macht und tut. Mein Pokémon heute war also Arctos. Ein zweites Hunderter habe ich auch noch. Also wenn Arctos irgendwann nochmal in die Raids kommt. Finde ich das auch nicht so schlimm. Dann mache ich halt meine täglichen Pässe. Ich mache die Raid Mania. Und dann kann ich XL Bombs sammeln für mein zweites Hundertprozentiges. Das ist also mein Abschluss gewesen hier. 100% Arctos auf Level 50. Als Glücks Pokémon mit Best Buddy Badge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Bis dahin.